Achtung, Vorsicht, aus der Fahrbahn rausgehen bitte, ringsherum hinter die rote Sicherheit, sieh dir zurückgehen bitte, alles gerne wollen wir machen, jetzt geht's los, wir starten durch da. So, alles klar, Freunde, da standen wir mal durch hier, dann schick ich euch auf die Reise, jabbadabadu, alles klar, alles roger, habt die gute Laune hier, denn da selber will ich nicht, okay. Also, wir setzen jetzt an die Fahrbahn rausgehen, wenn sie nicht auszutauschen, das ist nicht so gut, dass sie sich auszutauschen wollen. Das war schon mal das Reise führen, wenn sie zurückgehen, dass sie nicht, wenn sie nicht mehr so gut gehen, dann gehen wir mal zurück und refere die Quellen zu sehen, dass sie nicht mehr so gut gehen, so gut wir das tun. Ach, und ihr seid ja auch wieder mit dabei. Ja, so ist richtig. Stammgäste sind immer gern gesehen. Alright, okay. Und dann wollen wir. Und meine Fans haben ja ihre Plakate heute vergessen. Normalerweise müssten wir ruhig nach Hause schicken. Aber heute fangen wir mal an der Ausnahmung. Denn das ist der Sommer auf 69, Leute. Alles klar. Jetzt geht's aus hier. Möbelstimmung! Und die Tickets sind jetzt am Ende der Vorder an beiden Kassen. Wir nehmen die Tickets immer nach hinten oben und durchgehen bitte. Und die Tickets sind immer nach oben und durchgehen bitte. Immer nach oben und durch, nach oben und durch. Alright, jetzt geht's aus hier. Ah, danke. Hallo, Freunde! 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 Wahnsinn! Noch ein zweiter Hund. Ich bin hier! Woah, Freunde! Hallo, Freunde. Dass Sie hier sind. Mitteln. Hochschul. Hey! Das war's für heute. Und wenn man die ganze Maschine von der Schlepp der Bellen Das ist die ganze Maschine und die Maschine und die Maschine und die Maschine und die Maschine Ja Na alle Freunde H ont Those mal die dir auf Aspartame Shlöp EX Habt ihr noch eine gute Laune? Schlaft ihr oder was? Habt ihr noch gute Laune? Ja Habt ihr eine gute Laune? Habt ihr eine gute Laune? Wir machen einen Deal. Wenn ich alle Hände sehe, mache ich noch ein. Alle Hände hoch. Alle Hände hoch. Hey, hallo, hallo, die Hände hoch hier. Wollt ihr jetzt haben? Und dann haben wir noch eine gute Hände hoch. Und dann haben wir noch eine gute Hände hoch. Deshalb hat man heute die Sonne anschaut. Und wenn wir hier die Sonne anschauen. Da geht es schon mal raus. Das ist alles, alles, alles. Und weißt du. Ja, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt klar. Zu dir, ich bin jetzt 21. Aber wir wissen, ja, ich bin jetzt mal. Das sind die Thun. Die Thun. Die Thun. Vorsicht an der Fahrbahnkante, zurückbleiben bitte, bis die ganze Platte steht, alle warten, bis die Platte steht, Vorsicht bitte. Untertitelung des ZDF, 2020